Freunde, willkommen zurück auf dem Stream-Highlights-Kanal, heute mal wieder auf reaktionsmäßig angehaucht. Comedy, Football and Funniest Moments, Suarez und Messi sehen hier auf jeden Fall wild aus auf dem Titelbild. Gefällt mir und das Video hat 33.000 Likes, machen wir auch voll. Pusht euch alle, damit wir auch 33.000 Likes schaffen. Lasst ein kostenloses Abo da auf dem Highlights-Kanal, ihr wisst, tägliche Uploads. Rein geht's hier in das Video. Achso, den Clip kenne ich schon, das ist das, wo Mané verpeilt war. Richtig lost, dieser Mann, die achtet mal genau auf ihn. Alle machen hier so einen Gang runterfahren und er, komplett nicht gepeilt, dass da gerade sowas abgeht. Ich weiß gar nicht mal, weswegen das war. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ronaldo, der gab ihn lost. Kurz jeden abgeklatscht in der Corona-Pause, oder was? Wild. Was kriegt er da für einen Zettel zugedrückt? Anweisung, oder was? Ey, Junge, 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 Junge. Er lässt sich aber nichts anmerken Er lässt sich nichts anmerken, der Bruder Sterling-mäßig Ist doch Sterling, oder? Ich weiß es nicht, aber Diese Fußball-Videos, ich meins ernst, Leute Die könnte ich mir Tag und Nacht reinziehen Da habe ich immer Bock drauf, da bin ich immer motiviert Hazard kann heutzutage Keinen Ball mehr annehmen Mal gucken, Part 2 Ja, so mache ich es auch immer So mache ich es auch immer Mit der gleichen Friese wie ich hier am Start Mäsig Bruder, der wollte seine Nasenlöcher fotografieren, ne? Der Fairlamont, die Kurz Paparazzi gewonnen Was können Bail sich denn? Auf ein nicht-alkoholisches Getränk angelehnt Würde ich aber hier behaupten, oder? Warum? Der Koulibaly Wieder sehr zauer Ich würde sagen, Koulibaly war zauer Digga, das kennen wir alle Jeder, der mal Fußball gespielt hat Dem ist das schon mal passiert Was eine Flanke, Alter Aus dem Bilderbuch Das nen Abiturienten Wenn wir jetzt den FIFA-Kommentatoren wieder Beleben würden Kurz mal Mal gucken, was da so geht Was war daran Ich habe es jetzt gerade nicht gepeilt Was daran jetzt gerade witzig war Ich bin mal wieder richtig lost Ja, Bruder Das kenne ich auch vom HSV So eine Pässe No Front An der Stelle Natürlich Boah, Casemiro, Junge Von allen Geistern verlassen Ja, anders kann man Messi Aber auch schwer stoppen, ne? Da muss man schon mal die gelbe Karte Mitnehmen Ey, Ibra Den kann man entweder lieben Oder entweder hassen, ne? Boah, der Bruder ist auf jeden Fall Der hat mich fast noch geschafft Zu halten Aber Ibra ungelogen Was sagt die zu Ibra? Eins im Chat für Liebe Zwei im Chat für, äh, äh, Hate Man kann aber auch zu Ronaldo sagen, was man will, oder? Der ist schon sympathisch eigentlich Mit den ganzen Sachen, die er macht Spenden hier Spenden da Albern da Hier rumalbern Feier ich Boah, ich bin ja gerade schon mies im Mahan-Modus, ne? Diesen der Mahan-Modus Gerade alles am Feiern hier Aber so lustige Momente Muss man ja auch feiern, irgendwie Der Mahan kommt in mir raus Was ist mit dem denn los? Was hat er in der Kabine vergessen? Seine Schiebeinschoner, oder was? Stell dir mal vor, ihr seid Fußballprofi Ihr werdet eingewechselt Und, äh Ihr vergesst einfach eure Schiebeinschoner Null Also Mini-Mintas so nicht mit dem Bräune hier Aber eigentlich bitte ich auch der Rabona-King So, eigentlich hätte das auch von mir kommen können Wer weiß, der weiß Rabona-Wakes Is da Rabona-Wakes Is Da Jetzt kommt, wie sauer Neymar ist Der war so sauer, ne? Der war so sauer auf Suarez Stell dir vor, Neymar hat sich dabei verletzt Wie sauer wärt ihr gewesen? Auf einer Skala Huhuhu Jo Damals immer als Kinder Immer gesagt Du hast verboten Man darf nicht im Ligen weiterspielen Rote Karte und so Save Jeder hat das schon mal gesagt Man darf das nicht Auf locker angelehnt Wie gerade die Reaktion Feier ich Boah Neuer Skill-Move FIFA 21 Vertraut mir der Kopf Da könnt ihr mir auf jeden Fall vertan Das war auf jeden Fall die Hand Gottes Den Clip, den habe ich gerade mal im Kopf Tee, der Hember Tee, was dachtest du dir dabei? Wolltest du kurz den Maradona machen? Aber er hat auch in dem Moment schon gemerkt Da ging gerade irgendwie was schief so Ich glaube, es war diese Reaktion Aber natürliche Reaktion Er wollte es eigentlich gar nicht machen Aber hat es in dem Moment schon gemacht Das tat weh Das tat totes Wie frech ist das denn, Digga? Kurz mal gesagt Nein zu lang Haaren im Fußball Ganz kurz mal Nein, nein, nein Ohohoho No-Touch-Drippling-mäßig Hä? Was ist mit dem denn? Er hat Hunger kurz bekommen Er hat kurz 5-Sterne-Menü Mach ich jeden Tag so Wildes Tor Mohammed Salah Aber das kann passieren, Digga Das kann passieren Man denkt, da steht ein Spielermann Dieses peripheres Sehen Mäßig Man sieht nun rotes Trikot Man passt dahin Kann passieren Krank gemacht Oh, guck, wen er sieht Er sieht ihn Und er schickt ihn Kurz genommen, Alter Kurz genommen Kurz Einer runterfahren Hier das Thumbnail Aber schon etwas verarbeitet Wow, was kann der denn? Der ist ja voll das Talent Super Talent Mäßig Douglas Costa Douglas Costa Wieso war er so sauer? Er spuckt ihn einfach mitten ins Gesicht So frech kann man gar nicht sein Guck mal Guck mal Ach, man hat es nicht gesehen Oh mein Gott Wie frech, Bro Wie frech, Digga Ich wäre ausgerastet Also das hätte ich nicht auf mir sitzen lassen Ich hätte glaube ich die rote Karte auf jeden Fall bekommen Oh, peinlich, peinlich, peinlich Peinlich, peinlich, peinlich Ich schwöre so, es ist ganz, ganz unangenehm Jeder kennt, wenn man irgendwo stolpert Also am besten nichts anwerken lassen Am besten direkt den Raum verlassen Wenn man auf einer Party ist, einfach nach Hause gehen Der Tag ist gelaufen für dich Es haben genug Leute gesehen Ja, der war eh verwirrt Das habe ich bis heute nicht verstanden Es gibt ja so Dinge, wo die sogar Gegentorre passieren dadurch, ne? Die Tornhüter Ey, was soll denn der Scheiß Tschüss Er ist geflogen wie ne 1 Wie ne 1 Was macht der denn da jetzt? Babel, Alter Bist du frech oder bist du frech? Ja, boah, wie kurz mal ein Tunnelab von Klopp kassieren War der durch? Der war durch, ne? Boah, Klopp weiß genau Doch, der war, Bro Das kannst du gerade selbst, ey Bandenpisser Er ist der Bandenpisser Der zweite Bandenpisser Den ich kennengelernt hab Guck mal, der ist jetzt für euch, war der? Scheiße, verkackt Hier ist windig drin Ich merke schon Hier ist gerade ganz viel Wind Wind drin Bin ich da lost oder bin ich da lost? Lass mir den Hasen auch mal wieder sein Ja War das Zidane? Ja Oh mein Gott Hund greift ihn an, Digga Wie geil ist das denn? Oh mein Gott Er wird von Hund Er wird von Hund Obwohl Lasty-Wolk Und seine 5 Sterne Kriegst rein Er hat es aber komplett verkackt Und er schießt daneben Nein Nein Oh mein Gott Nein Kurze Idee für ihn Vorm Spiel nochmal anwenden Sieht auch lost aus Nice Was denkt Neymar sich in dem Moment? Was dachte Neymar sich? Gar nichts Oder Kann er mir doch nicht erzählen, dass Neymar sich gar nichts dachte? Jungs, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da Lasst ein kostenloses Abo da Ihr wisst Bescheid Das war's von mir für heute Ich bin raus Peace out Ciao